Wo bleiben Sie denn? Wir wollten uns doch schon um 10.45 Uhr hier treffen. Ja, ich bin hier, Leipziger Straße. Ich bin vor der Hausnummer 70. Und Sie? Auch. Also entweder Sie sind eine Lichtgestalt oder hier steht niemand. Weit und breit kein Mensch zu sehen. Bin hier. Ist doch in Frankfurt, oder nicht? Ja, in Frankfurt oder. In welchem Frankfurt sind Sie denn? In Frankfurt? Digga, in welchem Frankfurt bist du? Frankfurt oder oder Frankfurt am Main? Verstehe ich nicht. Ich bin in Frankfurt, Leipziger Straße. Willst du mich hier verarschen? Ich glaube, du willst mich verarschen. Ich bin in Frankfurt an der Oder. Das ist an der Grenze zu Polen. Das hatte ich aber auch extra vorher dazu geschrieben. Ich weiß nicht, wo du bist, aber du bist nicht in Frankfurt. Verarschen kann ich mich selber. Das ist voll weit weg von Polen. Es gibt zwei Frankfurt. Du bist im anderen Frankfurt. Nur noch mit Idioten hat man das zu tun. Danke für die Zeitverschwendung. Zwei Frankfurt ist klar. Wahrscheinlich auch zwei Berlin und zwei Köln. Verarschen kann ich mich selbst. Bist bestimmt in Leipzig wegen Leipziger Straße. LOL. Nur noch dumme Leute im Internet. Blockiert.